Ah, das hätte ich aufs Gitter gemacht. Bist du gepultiert worden? Ja. Ich campe da auch mal vielleicht Haus ab. Das war klar. Nein, Alter. Vielleicht kann ich dich noch holen. Den kann ich noch holen. Ich denke gar nichts, Alter. Wieso... Wieso tust du das so komisch? Schau, das kann ich gar nichts machen, Mann. Alter. Ist der raus? Ist oben. Der geht über den Händen. Der geht über den Händen. Der geht über den Händen. Alter, das ist jetzt ein richtig geil gewesen. Da kannst du mir sagen, was guckst, Mann. Alter, ich finde einfach wie so ein Fisch runter ist, Alter. Ist oben. Nein. Alter, der wäre jetzt geil gewesen. Ja, schon. Aber der andere ist eigentlich der größte Try haben. Ja, schon. Das war ein bisschen legendär. Alter. Alter. Und der ist auch der größte Tryhard. Nein. Nein, er ist total. Nein, ich will den Händen. Oh, ich habe ja eine Meditation. WTF, wir haben nicht ausgeschafft. Jetzt können wir daneben. Der andere probiert irgendetwas. Hä, wo ist der Ring? Es ist so krass wie du, dass du einfach durchziehen kannst. Ich bin sicher... Wenn es ein Baum gewesen wäre, würden wir alle angreifen. Ja, ist gut. Er weiss nicht, ein weichter Teammate ist. Was? Wo hängt es einer? Ich weiß nicht, wie er in der Hölle ist. Ich weiß nicht, wie er in der Hölle ist. Ich weiß nicht, wie er in der Hölle ist. Alter, was machst du? Ich werde in deinem Loch kommen. Oh! Oh, das ist krass. Warte. Was ist jetzt? Okay. Ah, das... Das sind alles Einzelne, ja. Was? Ah, ja stimmt. Der meditierte Teint, alter. Der wuchs voll cool Teint. Hä? Ah, nice. Jetzt bin ich am Zug. Ein bisschen chillen, alter. Die sollen noch mal gegeneinander spielen. Ja. Ah, da ist ein bisschen in den Ziel der Cole, ich schüsse ihn. Ach. Ah. Da ist ein bisschen hingekommen. Ich schüsse ihn. Ah, du bist jetzt schon hier, weil er das Ziel der nicht gekommen ist. Ich schüsse ihn. Ah. 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 Ich muss aber so etwas aufnehmen, das muss ich mir definitiv noch mal gönnen. Ach du Scheiße. Was ist das für eine Runde gewesen? In dem Moment, wo der Dürr vorbei ins Wasser ist, ist alles weg abgegangen in dieser Runde. Richtig. Das ist schon krass, was am Ende immer passiert. Du hast so keine Chancen, um zu gewinnen. Und dann gewinnst du gleich noch. Das ist unglaublich. Aber ich würde mir zu schauen, dass du schlechter geworden wärst.